3, 2, 1, 0 Auf den Kanälen der Fragesteller, zusammen immerhin 3 Millionen Abonnenten, und auf dem neu gegründeten Kanal DeineWahl gestreamt. Media erklärt, wer die YouTuber sind, die die Kanzlerin befragen. Über 100 Fragen haben User auf Twitter bereits gepostet neben dem üblichen Quatschrochen sie manchmal Veed, Xbox oder Playstation, sind auch ernst gemeinte Fragen dabei. Auf Augenhöhe verständlich über gesellschaftlich und persönlich relevante Themen sprechen, das ist das Ziel der 4 YouTube-Größen im Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das Publikum sind die 3 Millionen Abonnenten, die Eshtar Isik, Mwissen2Go, Alexi Bexey und Itchko Lesler zusammen haben, plus junge, interessierte Leute. Doch wer sind diese 4 YouTuber eigentlich? Videoblogger Mirko Drutschmann alias Mwissen2Go postet seit 2012 regelmäßig Videos auf YouTube. In seinen Clips plaudert der 31-Jährige über politische und gesellschaftliche Themen, darunter die Bundestagswahl 2017, Faktenchecks, Allgemeinwissen und Biografien von Politikern. 2016 gewann seine Aktion Raute Juggia, YouTuber gegen Hass, einen Publikumspreis der Bobs Awards. Für Es-Jugend-Online-Magazin Funk steht Mwissen2Go regelmäßig als Online-Nachhilfelehrer für das Fach Geschichte vor der Kamera. Alexander Böhm hat mit 1,14 Millionen Abonnenten die größte Follower schafft der 4 auf YouTube. Der Hamburger veröffentlicht seit 2008 selbst produzierte Videos auf seinem Kanal. Seit 2013 ist der Videocreater und Produzent mit einem Abschluss an der Medienakademie. Für sein Format Erklärbär produziert Alexi Bexey auch Videos mit politischem oder erklärendem Inhalt. Die 21-Jährige hat mit 1,11 Millionen Abonnenten die zweitgrößte Fangemeinde hinter Alexi Bexey und zählt zu den erfolgreichsten deutschen Beauty-BloggerInnen. In wöchentlichen Videos hält sie ihre FollowerInnen über Mode, Beauty und Lifestyle-Trends auf dem Laufenden. Initiert wurde das Interview mit Angela Merkel von dem zu ProSiebenSat.1 Media gehörenden Multichannel-Netzwerk Studio 71. Die zuständige Redaktion hat die J-Top-Sternchen vor allem anhand der Kriterien Reichweite, thematische Diversität und einem Grundinteresse für gesellschaftlich Relevanz ausgewählt. Die Studio 71-Redaktion unterstützt die Webstars auch bei der Vorbereitung des Interviews. Gemeinsam habe man laut Studio 71 einen Themenplan erstellt, in den auch die Ideen der Vlogge eingeflossen seien. Allerdings liege der Fokus auf der Authentizität der Interviewer, die im Livestream nicht nur die Idee des Kanzlerinterviews, sondern auch sich selbst als Eigenmarke verkaufen wollen. Die Produktion des Interviews übernimmt ebenfalls ein Team von Studio 71-70.